Ich roste die Schulen meiner Follower, denn ich bin Architekt und glücklich sein ist ein Konstrukt. Ihr seid in den Kommentaren mal wieder richtig ausgerastet. Also legen wir schnell los, damit alle drankommen. So, von TikTok das Gymnasium Freiham in München. Ach du Scheiße. Ich kenne den Architekten persönlich. Okay, was hier uncool ist, sind diese umlaufenden Balkone. Aber warum? Man darf sie nur benutzen im Brandfall. Also sonst darf man da nicht drauf. Und ist das nicht irgendwie voll deprimierend? So, von Instagram das Wiener Waldgymnasium in Tullnerbach Pressbaum. Junge, was ein Name. Okay, ihr macht es mir echt immer schwerer mittlerweile. Aber wisst ihr was? Diese Schallschutzelemente, die überall an den Decken hängen. Das sieht aus, als ob jemand da seine nassen Unterhosen aufgehängt hätte. Finde ich jetzt nicht so appetitlich, ehrlich gesagt. So, und auf YouTube hat mir jemand das Deutsch-Ferren-Gymnasium Eichach geschickt. Also ich muss sagen, da gibt es auf jeden Fall auch schönere Gefängnisse. Boah, hättet ihr wenigstens die Türe im gleichen Grün machen können? Okay, jetzt schickt ihr mir noch mehr Schulen, ihr goofy Pimmelköpfe. Pimmelköpfe.